Herzlich willkommen zum Test von bunte Flammen von Xplode. Das sind vier Bengaldüchterfackeln. Das Pack hat eine NEM von 28 Gramm, eins hat sieben und die Farbe rot, grün, blauen Leder. Dann bis gleich, wenn ich es aufgestellt habe. Die erste Farbe ist Leder. Hat eine ganz schön große Flamme und macht auch ganz schön hell. Und auch eine gute Brenntauer für mein Wissen. Jetzt kommen wir zu Blau. Blau. Ja, für das kleine Ding eine richtig gute Brenntauer und ist man auch voll hell. Und quälen wir uns auch. Wir sehen uns gleich, wenn ich meine Linse mal geputzt habe. Jetzt kommen wir zu Grün. Das war eindeutig noch mal heller als Blau, aber kürzer kam mir so vor. Und als die letzte Farbe, das ist super groß. Ja, das war so. Weil ich am besten kann mir von der Farbgebung her am besten als rot drüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.